So, ich habe mir gedacht, es geht wieder um den Sparoma Hornhaut-Inferner. Wenn ihr euch schon den ersten Fuß angucken musstet, dann könnt ihr euch auch den zweiten Fuß angucken, wie ich die Hornhaut-Inferne. Weil das Gerät wirklich für den Preis von 7 Euro, richtig okay ist. Oh Gott, auf der Fuß sieht in der Kamera nicht wesentlich besser aus. Oh Gott, was war das denn gerade für eine Action von mir? Aber das Teil funktioniert wirklich ganz gut. Ich konnte jetzt leider ein paar Wochen, habe ich in einem anderen Video schon gesagt, ich meine anderes Gerät leider hat den Rest aufgegeben, weil ich ungefähr eine Achtung hatte. Und der Akku, der ist so schnell in den Acht gegangen und war es mir noch nicht wertig. Da habe ich mir das vermutlich immer neu. Erst wollte ich mir keinen holen und wollte schon alles manuell machen. Aua, verletzt mich. Ich habe das alles mit so einer manuellen Pfeile gemacht, das war mir nicht zu anstrengend. Und der hier hat 6,99 Euro oder 7,99 Euro inklusive Versand gekostet. Und da habe ich mir gedacht, damit machte ich mir wirklich nichts Zeit. Und wie man sieht, was dann funktioniert, ist es hier. Können hier AA-Watterien rein? AA oder AA? Ah, was ist mit AA? Ja, das sieht ja noch wesentlich schlimmer aus, weil da wird es irgendwie aus. Da war die ganze Haut komplett eingerissen bei denen hier. Fällt sich das alles noch in Grenzen? Also, man kann es ganz gut sehen. Ja, die ist hier auf einer Stelle und die ist da auf einmal auf dem Fleiß. Aber da der auch natürlich da angesammelt hat, dass wir das eigentlich erst mal ein bisschen dauern. Das ist jetzt schon die schnellste Stufe, also die andere Stufe, ich weiß nicht, wofür man die benutzen sollt. Da gibt es mal ein bisschen Druck auf und dann hat sich das eh erledigt. Dann bleibt die Rolle fast stehen. Dafür war ich ja auch nicht so, dass ich die Rolle nicht entfernt habe, aber... Das ist gut. Ich bin richtig, ich bin richtig in Ruhe. Nein, aber... Ich habe gesagt, die wird bei mir immer so rissig. Ah, das sieht bei mir immer schön aus. Nicht, dass man es so sehen würde, aber... Na, was sieht das? ja 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 wie sieht das aus ja ok jetzt auch noch mal meinen anderen Fuß im im Grundrücken ich glaube wie viel Hand hat er denn so ne ja 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 verdammt, ich habe doch schon 10 Minuten gearbeitet was soll denn das 10 Minuten und dann ist immer noch so viel Arbeit dran guti ich werde mich jetzt nicht schön damit noch beschäftigen wie ich immer sage ich werde das Teil auf jeden Fall verlinken lasst mir gerne mal einen Kommentar da oder abonniert meinen Kanal oder guckt mal meine anderen Videos ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bis denn dann tschaui 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 ss